Die Schlagzahl der Events wird erhöht, nicht mal 24 Stunden nach dem ersten Pre-Wive-Event kriegen wir jetzt bereits das zweite. Und was das ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Moin und Servus, euer Mai hier zu einem neuen Video und auch ein neues Event. Escape from Tarkov hat gerade auf ihrem Twitter-Account einen Brief gepostet, der uns auf die UN-Peacekeeping-Mission hinweist. Dass es das Ganze jetzt ein bisschen schwerer machen soll, denn es gibt, ich sag mal, Gang-Aktivitäten in der Area. Und ja, das ist auch eigentlich ziemlich einfach, was das ganze Event jetzt sein soll. Es wird jetzt doch ein bisschen pikanter, sag ich mal, weil im letzten Video habe ich noch gesagt, sie werden die Events wahrscheinlich sehr moderat halten, um Leuten, die noch die Terror-Group-Trail-Quest machen wollen, um die nicht allzu stark einzuschränken. Hier haben wir jetzt allerdings mit dem jetzigen Event, was tatsächlich in die andere Richtung geht. Jetzt noch nicht so doll, wie wir es kennen als Pre-Wive-Event, aber doch eben in die Richtung gerade, was Reserve zum Beispiel angeht. Denn alle Bosse haben auf ihrer Map, die sie haben, also Tagila auf Factory, Reshala auf Customs oder Glukar auf Reserve, haben da ihre 100% Spawn-Chance. Das bedeutet, Glukar in dem Fall für Terror-Group-Trail eben interessant, weil er eben am Bahnhof spawnt, also bei den K-Hallen. Und da müssen wir ja so ein Night-Vision ablegen und da könnte es tatsächlich zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Boss kommen, während er diese Quest macht. Alle anderen sind jetzt nicht allzu stark einschränkt, was die Terror-Group-Trail-Quest angeht. Allerdings wird hier jetzt auf jeden Fall ein bisschen, ja, sagen wir mal, interessanter, was die Events angeht. Was dann morgen kommen wird, das steht noch in den Sternen. Zum Wipe-Datum selber haben wir jetzt auf diesem Brief jetzt nicht allzu viele Informationen. Es steht oben 8-23. Wenn wir es als amerikanisches Datum deuten würden, weil es halt ein UN-Brief ist, dann wäre es der 23.8. Ist allerdings auch der erste Tag der Gamescom. Dementsprechend kann ich es mir nicht vorstellen. Ich denke, das Datum auf dem Brief oben wurde in europäischer Form eben geschrieben, beziehungsweise eigentlich internationaler, weil es ja auf der ganzen Welt wird das Datum so geschrieben, aber nur die Amis machen es anders. Ja, ich denke, da sind wir weiterhin mit dem 10.8. sehr gut auf Kurs. Nicht mal 24 Stunden nach dem ersten kriegen wir das zweite Event und ja, wird interessant, was uns da die nächsten vier Tage noch erreichen wird an Events und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, das würde mich riesig freuen. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, auch das freut mich immer ungemein. Und ansonsten sehen wir uns heute im Stream, 16 Uhr. Bis dann, euer Meier. Ciao, ciao.